In was würdest du aktuell investieren, Bruder? Wie kann man auf die Idee kommen, wenn man mich hier sieht? Guck mich an! Guck mich an! Wie kommt da jemand auf die Idee, den Typen zu fragen, in was man investieren soll? Digga, sehe ich irgendwie professionell oder vertrauenswürdig aus? Ich habe eine scheiß COD-Maske an und bin gerade aufgewacht. Habe mein Leben nicht unter Kontrolle? Ja, ich weiß nicht, wie die Leute da auf die Idee kommen, mich zu fragen, in was sie investieren sollen, Digga. Eine Runde Fortnite? Also, Chat, wirklich, es ist einfach auch wieder nur zum Kotzen mit euch. Ey, apropos Tiere, Chat. Junge, die Story, die ich gestern gemacht habe mit den Wildhunden. Erzählt mir nicht, dass ihr wusstet, dass wilde Hunde so aussehen. Also, Bruder, das hat mich gestern komplett weggekickt. Hier. Erzählt mir doch nicht, Chat, dass ihr wusstet, dass es solche Dinger gibt. Bruder, was zum Teufel? Das ist ein Hund. Hyäne? Nein, das ist keine Hyäne, Chat, das ist ein Hund. Das sind wilde Hunde. Guckt es euch an. In Afrika. Komplett abgefuckte Scheiße, Digga. WTF? Das ist eine Hyäne? Das sind keine Hyänen. Das sind Hunde, Chat. Das sind keine Hyänen, Digga. Hyänen kannte ich auch. Aber sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das sind keine Hunde. Junge. Und ich werde verarscht in meiner Insta-Story. Wisst ihr, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass ich dumm bin? Und jetzt das beste Beispiel. Ihr denkt, alle sind Hyänen. Ihr denkt, alle sind Hyänen. Das heißt, ihr seid genauso dumm wie ich. Das wünsche ich doch. Das wünsche ich doch.